Mein Name ist Maxi Savas und habt ihr euch schon mal überlegt, wie toll Klamotten aussehen können, in denen keine tierischen Felle oder Leder verarbeitet sind? Nein? Dann schaut euch die Kampagne an. Hi, mein Name ist Sarah Kienappel, ich arbeite für die Firma Paul Mitchell und mir hat es riesig Spaß gemacht, heute die Kampagne zu unterstützen, da wir auch tierversuchsfrei arbeiten und das finde ich top. Ich bin Ines Jörg-David und ich bin heute hier mit der Noah, um allen Leuten darauf aufmerksam zu machen, dass schöne Mode auch ohne Pelz und Leder geht. Ich bin Elisa Janna Gerlach, ich bin Stylistin und ich habe heute gezeigt, dass man auch mit veganem Styling super cool aussehen kann. Ich bin Jennifer Weller und ich stehe heute am Set für Noah, für die Anti-Pelz-Kampagne und freue mich ganz besonders, dass ich dabei sein darf. Ich bin Tierliebhaberin, bin mit Hunden und Katzen aufgewachsen und freue mich deswegen natürlich besonders, bei so einer sinnvollen Aktion mitwirken zu dürfen. Ja, hallo, ich bin Christina Kunze von Noah Menschen für Tiere. Wir haben eine super Kampagne entwickeln lassen. Jung von Matt hat die Kreation geliefert. Das Stadtgespräch setzt sich jetzt für die Umsetzung ein. Wir haben heute Models gehabt, wir hatten ein Shooting. Die Zusammenarbeit war super und wir hoffen, dass alles gut funktioniert und bedanken uns bei allen, die mitgewirkt haben. Hallo, mein Name ist Silvia Inkadona und ich unterstütze diese Aktion wirklich von Herzen. Ich bin nämlich absoluter Tierfan und ich finde es wirklich absurd, Tiere zu züchten, nur, dass man eben so schnell wie möglich das Fell über die Ohren ziehen kann und damit wir es uns wieder über die Schultern legen können. Ja, das ist die Einflügel, die ich in der Früh. Also, mein Name ist dein, die ich in der Früh. Diechnung ist ein, das ist die Erzchäge, die ich in der Früh. Der Früh.